Hallo und herzlich willkommen zum Healing Energy Summit, transformiere Gut in höchste Fülle Energie. Heute darf ich Jörg Fuhrmann begrüßen. Er ist der Leiter des Freirauminstitutes in der Schweiz, Therapeut, Mentor, Trainer. Seine Arbeit bezieht sich auf die ganzheitliche, polyvagale Betrachtung des Menschen. Und da haben wir natürlich gleich ein Thema, weil was ist ganzheitliche, polyvagale Betrachtung des Menschen? Bitte Jörg. Ja, Alexander, danke für die Einladung und danke für das Interesse an alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, die ganzheitliche Betrachtung ist erstmal die, dass ich den Menschen hier nicht nur als Problembündel sehe oder nicht nur rein kognitiv-mental betrachte, sondern eben Rechnung trage, dass da an der Birne noch ein ganzer Körper dranhängt und dass da eben auch in dem Körper alle möglichen Prozesse ablaufen, die in irgendeiner Weise Sinn machen und wichtige Informationen vermitteln und zwar von unten nach oben. Und da sind wir schon beim Thema. Die Porges, der Begründer der Polyvagal-Theorie, sagte, der polyvagale Zustand spiegelt sich im Gesicht, in der Mimik und eben halt auch nonverbal eben im Körper, vor allen Dingen auch vom Bauchhirn kommend, über den Vagus dann zum Stammhirn gehend und von dort dann halt entsprechend auf den ganzen Organismus sich auswirkt. Damit meinte er mit polyvagaler Theorie, dass der Parasympathikus sich in zwei Äste oder zwei Stränge unterteilt und dass eben wir dann ein System haben, was dreigliedrig ist, neben dem Sympathikus, der eben für die Aktivierung zuständig ist, haben wir dann eben halt diese zwei parasympathischen Stränge, wo der eine der ältere ist, der eben dann für tiefste Entspannungszustände oder auch tiefste Abschaltungszustände, sprich Shutdown, Dissoziation, Gorillas im Nebel, sage ich immer, zuständig ist und der andere, der neuere Zweig, der vor allen Dingen für soziale Interaktion, Bindung, Kommunikation und auch das Gewahrsein im Hier und Jetzt verantwortlich ist. Und früher hat man halt eben gedacht, naja, wenn einer zu viel Stress hat, dann muss er eben nur rein in den Parasympathikus und dann wird alles gut. Und nach dieser neueren Theorie, die eben von den Traumatherapeuten ganz stark aufgegriffen wurde, weil es die erste schlüssige Erklärung war, was in Traumazuständen passiert, nachdem geht man also davon aus, dass nicht einfach nur Parasympathikus eine Hilfe ist, sondern dass wir letztendlich in Zustände kommen müssen, wo wir uns im Hier und Jetzt verorten, wo wir sicher uns fühlen und verbunden fühlen und gleichzeitig eben entweder entspannt oder vielleicht auch aktiviert sind, also mit diesem Modus aus dem Parasympathikus. Wir können ja, das ist ja kein Entweder-Oder, sondern wir können ja durchaus aktiviert sein, uns aber trotzdem sicher und verbunden und im Hier und Jetzt fühlen. Und da sind wir ja vielleicht auch bei einem wichtigen Punkt für den Kongress und für das Thema, um das es ja hier geht, weil da hat man in den 70er Jahren und davor eine ziemliche Fehlinterpretation hingelegt. Aber da kommen wir vielleicht noch dann drauf. Spät. Genau. Ja, also, das ist so damit gemeint und es geht ein Stück weiter darum, das Nervensystem in einem Beratungsprozess, therapeutischen Prozess, Coaching-Prozess zu navigieren, so sagen wir. Und zwar denjenigen auch dazu zu befähigen, es selber zu tun, weil wir haben immer nur Erfolg, wenn wir Menschen auch zu guten Navigatoren für sich selbst ausbilden, wenn die immer nur woanders hinrennen müssen und da macht einer was mit ihnen für eine Stunde oder zwei und dann sind sie wieder mit sich selbst zusammen. Da sind sie ja die meiste Zeit mit sich selbst. Dann haben wir da relativ wenig Chance, sage ich mal. Also, das Ziel ist schon, dass die Leute das selber machen. Das nennen wir dann auch Selbstermächtigung. Ich nenne das halt dann Self-Empowerment. Genau. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, dass man selbst in die Aktion und in das eigene Tun kommen kann, um die Dinge in die Richtung zu kriegen. Ja, also das Erste, bevor man in die Aktion kommt oder ins Tun, das davor wäre immer für mich das Verstehen, das Verständnis, die Verortung, wo ich mich gerade befinde. Ja, also viele Konzepte und Ansätze. Gunther Schmitt hat ganz früher schon gesagt in der Hypnosystemik, ja, die meisten Therapeuten fangen zu früh an. Und das würde ich nach wie vor unterschreiben. Man kommt also sehr schnell in so eine Auftragsklärung rein und dann kommt man häufig sehr schnell ins Tun. Es gibt auch therapeutische Ansätze, auch gerade in der Hypnose zum Beispiel, die dann eben das auch forcieren. Die sagen ja, gerade in der ersten Sitzung ist die Erwartung am höchsten und da musst du richtig reinhauen, dass dann da alles schon passiert ist. Das ist quasi sehr konträr oder kontraproduktiv zu dem, was ich jetzt hier beschreibe, weil es schnell wieder in das führt, was wir in den 70er Jahren schon hatten, nämlich in ausufernde, überwältigende Emotionen. Das geht dann eher so Richtung kathartischer Überwältigung. Genau, also zu schnell zu viel, auf Deutsch gesagt. Ja gut, das ist ja das Thema, was wir, glaube ich, alle haben, gerade in unserer Gesellschaft. Höher, schneller, weiter. In der Leistungsgesellschaft, ja. Schnell wieder fit sein, egal was der Körper sagt, egal was vielleicht der Kopf sagt. Und da ist halt auch viel Autoaggression drin enthalten, um das mal so zu sagen. Ja, und wie gehst du das dann an, wenn du sagst, da ist Autoaggression drin enthalten? Wie führst du die Leute in diesen, du nennst es, transpersonalen Prozess? Wie begleitest du das? Das muss nicht unbedingt immer ein transpersonaler Prozess sein. Das transpersonale ist bei mir halt ein Steckenpferd, also für die Leute, die das vielleicht nicht kennen. Was ist damit gemeint? Also, dass die ganze persönlichkeitsorientierten Verfahren, die humanistische Psychologie, systemische Therapie, was da so alles zugehört, Gestalttherapie, klientenzitterte Gesprächsführung und so weiter, diese ganzen Sachen oder auch Hypno, die sind ja sehr stark darauf ausgerichtet, die Persönlichkeit, die Ich-Struktur, ja, in irgendeiner Form von Konkurrenz vielleicht auch mit dem Körper zu bringen, jetzt bei der Gestalt zum Beispiel oder mit dem System, in der Systemik. Und dann zu gucken, dass derjenige halbwegs in der Gesellschaft funktioniert und klarkommt mit möglichst wenig Konflikt. Und das Transpersonale, das geht eben über diese personalorientierte Persönlichkeit hinaus, also das transzendiert diesen Ansatz ein Stück weit, indem es dann halt auf die, ich sag's mal, die ersten und letzten Fragen des Menschseins Bezug nimmt. Dazu gehören also auch ganz tiefe existenzielle Krisenfragen, existenzielle Sinnfragen, ja, einfach Lebensfragen. Und wenn ich also da möglicherweise vom Leben mit irgendwas konfrontiert werde, was weiß ich, jetzt da im Lockdown zum Beispiel, weil der Lockdown kam, konnten manche Firmen nicht mehr bestehen, obwohl sie eigentlich gesund waren. Und ja, dann spürt man erst mal große Ungerechtigkeit, das hat auch wieder was mit Wut zu tun. Dann spürt man Ohnmacht, das hat wieder was mit dem, was ich vorher sagte, mit diesem dorsalen Vagus zu tun, wo man dann in den Shutdown geht. Und ja, Menschen neigen aber halt auch dazu, jetzt zum Beispiel Aggressionen nicht nach außen zu richten oder auf bestimmte Dynamiken, ja, da die Kraft reinzugeben, sag ich mal, sondern eben halt dann eher gegen sich selber zu richten. Und die klassische, also einfachste Autoaggression, die wir alle kennen und alle mal gemacht haben, ist zum Beispiel, was du vielleicht auch gerade gemacht hast, runterzuschlucken. Oder sich auf die Lippe zu beißen. So, und wenn es ein bisschen mehr wird, dann fängt man an, hier den zu machen und fräst sich die Krallen ab. Das sind so die Klassiker, sag ich mal. Oder dann halt nachts, hier, Kiefer, Zähne knirschen und so. Ja, so, das sind so die üblichen Verdächtigen, sag ich mal, wo Leute dann eben autoaggressiv sind mit sich selber. Man kann das natürlich auf vielen anderen Wegen auch noch machen. Dazu könnten vielleicht auch Hobbys zählen, wie extreme Sportarten mit hohem Unfallrisiko. Vielleicht auch extreme S-Einheiten, wonach es einem irgendwie nicht mehr ganz so gut geht. Das sind dann vielleicht auch R-Einheiten mit FR davor, also Fresseinheiten. Dann vielleicht auch irgendwelche exzessiven Geldausgaben, promiskutive Sexualität, wo jedes Wochenende drei andere Partner hatte oder sowas, weil das halt birgt auch wieder ein Risiko, sprich Infektionsrisiko und so weiter. Vom kleinen Seelchen, das vielleicht die ganze Zeit im Hilfe schreit dabei, dass man das gar nicht gehört wird, mal überhaupt nicht zu reden. Also autoaggressiv kann man auf unterschiedlichste Weise sein. Man kann auch ständig sich selber immer abwürgen und allen anderen den Space geben und sagen, ja du, du darfst hier glänzen, aber ich nicht. Und ja, so und ja, also ich sage mal, Mütter sind häufig so ein lebendes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, indem sie dann dem Kind auch ein Modell beibringen, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das bist auf jeden Fall nicht du selbst, sondern das ist irgendwer da draußen oder irgendwas anderes. Und du musst dann dein Leben so leben, dass du immer erst auf andere achtest, nicht gut auf dich selber achtest und dich selbst zugrunde richtest und dann vielleicht eher so passiv-aggressiv immer durch die Gegend rennst und allen anderen Schuldvorwürfe machst und erpresst, beschämst und so weiter, immer so hintenrum und so alles so subtil. Das wird ja häufig von Müttern auch gelebt. Wenn ich gefragt habe, wer ist der wichtigste Mensch, dann haben die häufig mal gesagt, ja, es waren meine Kinder und da kommt lange nichts und so. Und das kann man natürlich als Impuls erstmal grundsätzlich verstehen. Aber wenn man dann merkt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, sondern eher um was anderes, was da kompensiert wird, dann ist es nachher schon wieder fast, läuft es in eine missbräuchliche Richtung. Weil das System und die Kinder und so weiter, und die merken ja auch alle, dass da was nicht stimmt und die müssen dann diese große Schuld, die da angehäuft wird, weil man sich ja so aufgegeben hat für die anderen, das müssen die dann alles hinterher wieder kompensieren. Das ist fast wie unmöglich. Ja, da bist du bei dem Thema Unterdrückte gut. Dieses, wir haben immer schön gelernt, brav zu sein, immer für alle anderen da zu sein, nur nicht für uns. Ja, es gibt noch einen anderen Mechanismus, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon einsteigen wollen, der hinter dem Ganzen liegt. Ja. Vielleicht erstmal nochmal generell, vielleicht will ich mir mal was anderes dazu sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Also beim Thema Wut oder Aggression, das kriegen ja viele häufig Beklemmungen erstmal. Beim Ausdruck dessen schon. Das hat einfach was damit zu tun, dass das gesellschaftlich sehr negativ besetzt ist. Gerade bei uns, in unserer Kultur. Das hat was eben damit zu tun, wo wir einfach geschichtlich gelandet sind und dass wir ja die Hauptaggressoren waren in zwei Weltkriegen. So wird es zumindest gesagt, dass das ausschließlich von uns ausgegangen ist. Wenn man geopolitisch die Sachen ein bisschen differenzierter anguckt, dann sieht man, dass das kausal meistens nicht ganz so einfach ist. Ich empfehle dazu mal Christopher Clark zu lesen, die Schlafwandler. Dann kriegt man so ein bisschen eine Idee davon, was zumindest im Ersten Weltkrieg gelaufen ist und wie man da hingekommen ist, dass das da passiert ist. Und da gab es ja zum Beispiel auch serbische Attentäter, die den österreichischen Kronfolger erschossen haben, wo man damals auch gesagt hat, das ist eine Verschwörungstheorie, dass das so ein Verbund wäre von Leuten. Und die gab es ja. So und dann haben sich daraus ja auch gewisse Aggressionen dann entwickelt und was nachher zu zig Millionen Toten in Europa geführt hat und einer großen Wirtschaftskrise. Da sieht man eigentlich sehr gut an diesem Fall, wo ich da jetzt mal so drauf gekommen bin gerade, sieht man eigentlich sehr gut, wie sich das auch im Großen, so im Kleinen, also dieses alte hermetische Gesetz, innen wie außen und so weiter, wie sich das da so auch spiegelt immer. Man kann also auch an dem Zustand der Welt immer ein Stück was von bei sich selbst erkennen. Und ich glaube, jeder, der sensibel war, hat in der letzten Zeit auch gemerkt, in den letzten drei Jahren, dass da gewisse Dynamiken im Außen auch eine Wirkung wieder auf einen Innen hatten, so von der Beklemmung her und so. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ist das für uns sehr negativ besetzt. Es gibt aber eigentlich keine negativen oder keine guten oder keine schlechten Emotionen, sagen wir es mal so. Wenn man jetzt guckt, was wird eher als negative Emotionen oder schlechte Emotionen bewertet, sind das ja meistens so Sachen wie Wut oder wie Trauer oder wie Angst, solche Sachen. Das ist aber alles im Sinne des Überlebens und des Lebens, der Lebenskraft als solches. Es ist einfach so, eine Kraft, die da ist, eine Emotion, die da ist. Und das will auf irgendeine Weise gelebt und integriert werden. Und es ist einfach, es ist einfach, ne? Erst die Bewertung davon macht ja, dass das irgendwie dann sublimiert werden muss und in den Untergrund geht. Und dann wird es problematisch meistens. Oder wenn man die andere Seite, was wir so als positive Emotionen dann auch gerne im positiven Denken und in diesen ganzen Autosuggestionsansätzen so haben, dass man sich dann eben auf die gute, lichtvolle Seite und die Liebe, das Licht, die Kraft, die Freude, die Dankbarkeit und so weiter, wenn man sich auf diese Dinge fokussiert, dann wird das halt mehr. Und wenn das dann nicht mehr wird, dann hast du eben nicht Pech gehabt, sondern du hast dich nicht genügend angestrengt. Da kommt dann häufig sehr so ein kalvinistisches Ding rein, so, ne? Also dieses protestantische, aber du musst dir dein Seelenheil verdienen und wenn du es nicht kriegst, dann hast du eben halt nicht genug gemacht dafür. Und das macht für viele dann noch weiter zusätzlich so eine Schuldschamkeule auf, die für viele Menschen nochmal doppelt wieder beschämend ist, wo sie dann häufig nochmal wieder das Autoaggressionspotenzial wieder gegen sich selber richten können, weil sie haben es ja wieder nicht gepeilt. Und grundsätzlich ist Aggression eigentlich ein, also als Handlung oder Wut, als Emotion dahinter, ist letztendlich ein Hinbewegung, könnte man auch sagen, zur Welt oder ein Einverleiben der Welt. Also Pearl sagte, ohne Aggression könnte ich nicht mal einen Apfel essen. Sprich, ne? Der Apfel muss ja irgendwie zerkleinert werden und dafür brauche ich meine Aggressionswerkzeuge, sprich meine Krallen, ja? Oder eben meine Zähne, so. Und wenn ich die nicht entsprechend einsetze, dann habe ich einen Autoaggressionsmoment, wenn ich sage, oh Gott, der arme Apfel, der will das gar nicht, dass er jetzt von mir zerfiletiert wird. Naja, aber ich habe jetzt trotzdem Hunger, deswegen schlucke ich ihn jetzt als Ganzes runter. Ja, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem und lande in der Notaufnahme, wenn ich Glück habe, ne? Noch. Ja, also das heißt also, das ist dann die Autoaggression und wenn ich sage, okay, ich will es ihm nicht ganz so schlimm antun, dann mache ich nur vier Stücke raus, dann liegt mir das wahrscheinlich schwer im Magen, wenn ich das als Ganzes dann runterwürge, ne? So. Und das ist einfach genau der Punkt, also wir müssen, um zu überleben, aggressiv sein, auch wenn wir das nicht mehr wollen, weil wir ja die Guten sind. Und wir müssen irgendwie, ja, uns andere Dinge einverleiben, die dann im Prozess des Einverleibens zerstören, die Magensäure macht dann ja nichts anderes am Ende des Tages, und das dann assimilieren, integrieren. Und das macht der Körper ja auch permanent. Der Körper ist ja, die Körperzellen, das ist ja alles ständig irgendwie dabei, sich zu gucken, wen oder was müssen wir angreifen und vernichten, was da reingekommen ist an irgendwelchen Bakterien und anderen Parasiten oder Organismen. Was müssen wir raushalten? Wo müssen wir die Grenze ziehen? Ja, wo müssen wir uns selber schützen? Wo müssen wir den Organismus schützen? Und so weiter. Und wenn das nicht passiert, haben wir ein Problem. Also deswegen sagte Kafka ja auch, wer immer ganz offen ist, ist nicht ganz dicht. Ja, trifft es ziemlich genau, aber da ist ja auch genau das Problem dann. Grenzen ziehen, Grenzen setzen. Genau. Du sagst, da braucht man diese Aggression. Wenn ich jetzt immer gelernt habe, schön brav zu sein und Ja und Amen zu sagen, wie man so schön sagt, dann komme ich da ja gar nicht hin. Ja, exakt. Ja, genau. Ja, und ständig passieren ja in unserem Leben schon von kleinsten an, sage ich mal, Dinge im Außen, die unangenehm sind. Also Freud nannte das Lust-Unlust-Prinzip. Wo also einfach etwas passiert im Außen, was uns irgendwie Unlust bereitet, was uns irgendwie unangenehm ist, was irgendwie bitter ist. Wobei bitter nicht grundsätzlich schlecht ist. Im Ayurveda sagt man ja, alles, was süß anfängt, endet bitter und alles, was bitter anfängt, endet süß. Also das, was jetzt am Ende das Heil für einen ist oder das Gute ist, das kann man immer vom Anfang an der Geschichte her gar nicht so unbedingt sagen. Ja, weil oftmals sind ja gerade die Dinge, die erst mal jetzt irgendwie am Anfang schwierig sind, sind am Ende auf einmal, wenn man zurück drauf schaut, auf einmal die großen Krisen oder so, sind für Menschen auf einmal voll die Wachstumskatalysatoren gewesen, auch wenn es in der Situation selber natürlich total unangenehm ist. Und wenn einer da drin hängt, dem das direkt zu sagen, ist oftmals auch zynisch für denjenigen, wenn er das hört, weil es ein großes Elend ist. Aber in der Rückschau für einen selber, wenn man sich so das nochmal anschaut, dann kann man das doch schon ganz gut häufig so sagen, denke ich. Ja, also dieses Erleben im Außen, das macht eben häufig Stress. Wenn man das, was dann innerlich erlebt wird, macht dann eben einen gewissen Stress und man fühlt sich also bedrängt, vielleicht fühlt man sich auch frustriert durch irgendwie was, durch eine Dynamik oder man hat einfach irgendwie ein unangenehmes Empfinden. Ja, körperlich. Und das koppelt sich da mit dieser Wut auch. Das ist ja das, was die Wut dann auch, die Wut erzeugt auch diese Spannungen in uns und dieses Unangenehme, was wir eigentlich nicht haben wollen und löst auch viel Stress im System aus. Das sieht man ja auch an dieser hormonellen Kaskade, die dann passiert, sprich mit Adrenalin, Noradrenalin, Testosteron, Cortisol und so weiter. Das Herzfrequenz geht hoch, der Blutdruck geht hoch. Also das sind ja alles so sympathikotone Kaskaden, die dann da ausgelöst werden. Das ist ja bei Angst ja so ähnlich, sag ich mal, oder bei so einer Art von, ja, so einer erkalteten Wut, was man eher Hass nennt, ja, da haben wir das auch, so auf einer gewissen Ebene, ist das ja alles letztendlich nicht so angenehm. Und wenn man jetzt also die Erfahrung auch gemacht hat in seinem Leben, das kommt nicht gut, das hat man jetzt ja also, ja, ich sag mal, die gerade die feminin dominierte Pädagogik der letzten 50 Jahre, die hat das ja ganz, gerade bei Jungs, ganz massiv immer im Frühstadium abgewürgt. Sobald da solche Impulse kamen nach außen, wurde das meistens weggedrückt. Ja, und das ist also ein großes Problem geworden, das hatten wir letztens auch auf dem Mobbing-Kongress, wo ich dabei war als Thema, ja, die jungen Männer, das hat man schon vor 20 Jahren dann im Spiegel getitelt, damals gefährlichste Spezies der Welt, hieß es damals, ja, weil da wurde eben genau, also dadurch, dass man Aggressionen und Wut und so weiter, dass man das und die Konflikte, die damit zusammenhängen, dann auch mit den Testosteronschüben dann in der Pubertät und so, dadurch, dass man das quasi verleugnet oder wegdrängt, ist es ja nicht weg, sondern es ist einfach nur im Untergrund und es bahnt sich dann den Weg an bestimmten Events halt, die dann da stattfinden, wo man nachher jetzt im schlimmsten Fall dann mit 10 auf 1 drauf geht oder so. Das, ja, sieht man jetzt ja zunehmend so was. Und das sind also sehr, sehr ungünstige Dynamiken, das hat eben was auch mit dieser Kuschelpädagogik zu tun, die man dann ja bekloppterweise auch noch auf zum Beispiel so Leute, die schon Intensivtäter geworden sind, auf die auch noch überträgt. Ja, da wird dann auch so eine Kuschelpädagogik gemacht und meint jetzt, das wird dann für die total gut kommen und das hat überhaupt nichts gebracht, weil da hat man gemerkt, ja, die machen beim, wenn der Sozialpädagogen-Workshop, Wanderkurs oder weiß ich nicht, Segeltörn vorbei ist, dann danach machen die so weiter wie vorher. Die lachen sich eher noch kaputt darüber, weil sie sagen, ja, was war das denn jetzt? Also, ja, und grundsätzlich sind diese ganzen Sachen ja so alt wie die Menschheit, könnte man sagen. Das heißt also, das hat uns alles irgendwie geholfen zu überleben, sonst wäre das als Programm nicht enthalten geblieben in unserem System. Ja, wir sind also ständig in der Vorzeit, in der grauen Vorzeit sind wir ständig bedroht worden, und gerade wenn wir draußen unterwegs waren, außerhalb der Höhle und da irgendwie was erlegen mussten, jetzt gerade wir Männer, deswegen haben wir da diesbezüglich auch schneller einen Zugang zu und bei Frauen läuft das ja häufig anders, da geht das dann häufig eher so hintenrum auf so einer emotionalen Schiene und auf so einer kommunikativen Schiene und da sind Frauen, auch Männern, meistens in irgendeiner Form überlegen, kann man jetzt nicht generalisieren, nicht per se jede und nicht bei jedem und so weiter, aber man sieht das in den Schulklassen ja auch schon, wenn dann Mädchen und Jungs zusammen unterrichtet werden, man hat sich jahrelang immer nur geguckt, wie kann man die Mädchen fördern, und dabei sind eigentlich die Jungs diejenigen gewesen, die man hätte unterstützen müssen, weil die sind im Gegensatz zu den Mädels in manchen Bereichen hinten runtergefallen, rausgefallen, auch in der Pädagogik, auch im Unterricht, in der Schule, weil sie einfach von der ganzen Entwicklung her in bestimmten Bereichen dann benachteiligt waren. Und ja, das hat man dann ja irgendwie, 2005 rumfing das glaube ich ja so an, da hat man dann auch angefangen, eben die Jungs mehr mit einzubeziehen, dann hat man auch Boys' Days gemacht, nicht nur Girls' Days und so, da haben wir damals dann auch mit angefangen. Ja, und grundsätzlich kann man also sagen, diese ganzen Dynamiken, die wir jetzt so als negative Emotionen häufig in unserer Kultur beschreiben, das sind lebenserhaltende Maßnahmen. Letztendlich werden die in unseren alten Gehirnteilen aktiviert, sprich Stammhirn und limbisches System vor allen Dingen, da wird das, also im Stammhirn geht es dann ganz stark um Kampflucht, Todstellen und im limbischen System, da werden eben diese ganzen Emotionen quasi, wie jetzt auch Wut, Hass, Zorn und so weiter, Ärger, wird da emotional auch dann ganz wesentlich über die Amygdala wird das da hochgefahren und entsprechend aktiviert. Und das ist auch wiederum, wie ich gerade schon sagte, per se nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach. Es ist einfach so. Und wenn es nicht sinnvoll gewesen wäre, dann hätten wir das jetzt auch nicht mehr so als Programm am Laufen. Und das gilt es auch wiederum zu würdigen. Ja. Und der Grundmechanismus, der häufig hinter eben unterdrückter Wut steckt oder hinter Wut überhaupt steckt, ist in der Regel, dass Kinder sehr, sehr früh schon gelernt haben, ihre eigene, wie soll ich sagen, ihre eigenen Impulse nach außen hin abzuwürgen beziehungsweise aufzuspalten. Und das ist im Grunde ein ganz früher Konflikt, der da stattgefunden hat. Nämlich, wir haben ja auf der einen Seite diesen primären kindlichen Narzissmus, wo der ja auch normal ist, wo das Kind denkt, ich bin die Welt oder der Kosmos, das Universum und alles dreht sich um mich. Wer interessiert sich für die Sonne? Niemand. Ich bin die Sonne. Und wenn also ein Kind in diesen Situationen lebt, die es heute dann so hat, da draußen, sprich, dass die Eltern eigentlich wie keine Zeit haben, dass sie unter drei schon in die Kita abgegeben werden, die Kleinen, und dass dann in der Kita, habe ich kürzlich wieder von einer Mitarbeiterin gehört, haben sie einen Schlüssel von zwölf zu eins. Und Professor Dr. Rass sagt zum Beispiel bei, also Kita-Betreuung, am besten erst ab drei und dann einen Schlüssel von drei zu eins. Das wäre noch okay, so, aber dann wird es schon schwierig. Und wenn die unter drei da reinkommen, dann können die eigentlich zwischen ihren eigenen Gefühlen, wenn da einer wütend ist oder traurig ist, das können die gar nicht von sich selber trennen. Dann sind sie alle wütend und traurig gleichzeitig. Und das macht auch wieder sehr viel Überwältigung, sehr viel Ohnmacht, sehr viel Verzweiflung. Und das ist genau das Problem bei Kindern, die können das wie nicht von sich selber getrennt sehen. Sie erleben das dann einfach so. Das ist Versagen der Umwelt, nennen wir das. Das heißt also, eigentlich wünscht sich ein Kind Geborgenheit, Nähe, Verbindung, gesehen werden, gehalten werden, beschützt werden, genährt werden. All diese ganzen Grundbedürfnisse, sage ich mal, des Seins. Und wenn die Umwelt also versagt, sprich auch die Bezugspersonen, das Bezugssystem, die Familie versagt in diesen elementaren Grundbedürfnissen, dann hat das Kind wie keine Möglichkeit, vor allem je früher, desto schlimmer, also das Kleinkind hat gar keine Möglichkeit, das irgendwie, wie sollte ich sagen, zu verstehen. Es hat keine Möglichkeit, das zu kompensieren. Es hat auch keine Möglichkeit, das einzuordnen. Und es kann auch nicht sagen, ja, ja, okay, Mama und Papa haben jetzt eben zwei Autoleasingkredite am Laufen und haben jetzt, was weiß ich, 400.000 für eine Hütte aufgenommen. Und deswegen habe ich so ein tolles, großes Zimmer mit so viel Spielzeug drin. Und deswegen sind die eigentlich den ganzen Tag nicht da und bezahlen dann halt so eine Nanny da, die mich dann hier missachtet, den ganzen Tag auf ihrem Handy rumdaddelt und wenn ich nicht spure, kriege ich vielleicht sogar einen Klaps auf den Hintern und werde sonst weitestgehend ignoriert. Das ist alles der Sache geschuldet, dass es uns hier materiell so gut geht. Das kann sich so ein Kleinkind nicht zusammenpuzzeln. Das geht nicht. Also da entsteht also enorm viel, ich sage es mal, Frustration. Und ein kleines Kind kann das nur durch eine Reduktion der Komplexität bewältigen. Das heißt, was ist die Reduktion der Komplexität? Also die Reduktion ist meistens, ich bin schuld. Die sind so oder das Feld draußen ist so, weil ich so bin. Also weil ich unzureichend bin. Weil ich nicht gut genug bin. Und das ist diese Selbstbeschämung, die da eine Rolle spielt. Und das ist die einfache Formel, sage ich mal, mit der Kinder das dann machen. dass sie irgendwie mit der Situation klarkommen. Weil wenn sie sagen würden, nee, das da mit, meine Eltern haben eine total beschissene Haltung und ja, dass sie ihre blöde Karre über mich stellen und ihre Hütte und so, die sind einfach bekloppt im Kopf. ja, so, ich bin doch jetzt gerade ihr Zentrum der Welt und so, das kann ein kleines Kind nicht machen. Das geht nicht. Vor allen Dingen, wenn es das machen würde, hätte es noch ein weiteres Problem, nämlich, nicht, dass die Welt quasi so grausam wäre, dass nichts zu verändern ist. Und man will es ja irgendwie selber verändern können. Ich glaube, bei vielen Positivdenkern ist das heute noch so. Die wollen also das große Rad immer selber, so, das ist genau das auch. Stattdessen, also, also, oder infolgedessen macht das Kind eben dann, okay, wenn ich so schlecht bin, da muss ich mich ja nur optimieren und da kommen dann ganz oft diese Leistungstypen raus, hinterher, die auch in unserer Gesellschaft unheimlich funktional sind und gebraucht werden, also, ne, marschieren und funktionieren. So. Ja, und das ist, was macht das? Das macht natürlich vor allen Dingen Wut. Also, vor allen Dingen auf mich selbst, ne, nicht zu sagen Selbsthass. und ich kann das ja nur, ähm, wie soll ich sagen, ich kann das ja nur in den Griff kriegen, ähm, wenn ich, wenn ich das innerpsychisch wie aufspalte, also, wenn, wenn das jetzt also im Außen so passiert, dass die, die Eltern quasi nicht da sind oder nicht sehen, weil sie, weil Mami immer auf ihrem Handy zugange ist und das Kind macht, hallo, ne, und Gucci, Gucci und ich bin hier, ne, und Mama ist nur auf dem Ding und hat, hat das Gesicht frozen, also dorsal und das Kind will aber, Ventrovagal und versucht es irgendwie und merkt dann, das geht nicht, fängt es an zu kreischen und zu schreien, geht nicht, dann schmeißt es irgendwas auf den Boden und dann kriegt es eine gepfeffert. Dann lernt es, ne, mit dieser Aggression kann ich jetzt Aufmerksamkeit kriegen. Ist zwar eine negative, ne, aber es gibt ja die Untersuchung, ja, was jetzt keine, kein Freischein dafür sein soll, Kinder zu schlagen, um Gottes Willen, aber es gab ja diese Untersuchung mit Kindern, die in so Pflegeheimen waren, in Rumänien damals und so, als Ceaușescu dann abgetreten ist, also die waren ja völlig verwahrlost und diejenigen, die noch Gewalterfahrung gemacht hatten, die waren noch sogar die, wo, die nachher nicht völlig, oftmals nicht völlig gestrandet sind, weil sie immer noch irgendeine Form von Zuwendung gekriegt haben. Ja, deswegen ist so der chronische ADSler, der dann, jetzt sagt man, neuroplastisch, kreativ, wie sagen sie jetzt, neuroplastische Kreativität, nennen sie das jetzt, glaube ich, heißt nicht mehr ADS, ja, egal, also die dann so, ne, im Außen dann da, Systeme sprengen, ne, die Systemsprengertypen, ja, die haben dafür einfach auch eine, genau diese Struktur, weil dann kriegen sie irgendwie ihre Anerkennung, Aufmerksamkeit, die sie sonst nicht kriegen würden. Und, sie haben aber trotzdem einen Konflikt, nämlich den, dass sie, sie kommen in eine Zwickmühle, weil sie wollen ja eigentlich ihr geliebt werden und, äh, das ist für das Kind dann das, was diese Spaltung verursachen muss, nämlich, dass es, es kann nicht die Wut auf der einen Seite auf diese Bezugsperson haben und auf der anderen Seite aber diese Bedürftigkeit nach Liebe und das kann nicht, das geht nicht, das kann nicht wie gleichzeitig, also ein Erwachsener, der kriegt das, wenn er bewusst ist, noch hin, der kann sagen, okay, ich bin wütend auf dich, weil, d, 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 und, ich, und lieben tue ich dich aber auch, weil, d, 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 so, und der kann das wie beides halten. Warum? Ganz einfach, weil der hoffentlich eine gewisse Kapazität hat und bei Kindern ist das in diesem, gerade je früher, desto extremer ist das aber eben schwarz-weiß und das geht dann einfach nur mit diesem sogenannten psychischen Mechanismus der Aufspaltung, das heißt, die trennen das, unterteilen das in Gut und Böse und auch sich selber, also sowohl die Bezugsperson wird dann häufig, so gesehen, als auch man selber sieht sich auch so. Das heißt also, jetzt bin ich böse, weil ich böse bin, kriege ich jetzt da, weiß ich nicht, haue oder irgendwie, oder werde ignoriert für eine Woche oder was. So, und im Grunde ist genau das, dass der Punkt, dieses Versagen der Umwelt im Außen wird dann internalisiert und wie runtergeschluckt. Wenn man jetzt wieder auf das, was wir vorher kommen, mit dem, was der Pölz sagte, mit dem Aggressionen, ohne Aggression kann ich nicht mehr Apfel essen, ja, wenn das internalisiert wird, wird das wie nicht zerkaut, das wird als Ganzes runtergeschluckt, wie der Apfel und führt dann nachher so eine Art Eigenleben. und dieses Eigenleben, das gärt ja dann in einem und man hat dann also permanent immer dieses Gefühl zum Beispiel, entweder dann, ich bin schlecht, ich bin nicht gut und das führt natürlich in so eine, zunehmend von der Energie her, in so eine Abwärtsspirale, in so eine Lähmung, in so eine Dorsale. manche Jugendlichen entkommen denen dann mit Videospielen oder mit Kiffen, können ja auch Autoimmunerkrankungen sein, Reizdarm, Schlafprobleme, Migräne und solche Geschichten oder Fibromyalgie ist so ein ganzer, so ein spezieller Klassiker von Menschen mit Gewalterfahrung, die haben häufig sowas auch am Laufen oder man kommt in so eine Gegendynamik rein von Stolz. Dass man also, ja, das geht so in die Richtung, was man dann, der Narzissmus des Erwachsenen, vorher dieser kindliche Narzissmus, dass die Welt sich um mich dreht oder ich bin die Welt quasi, das ist noch normal und beim Erwachsenen wird das dann nachher, dann ist man auch abgeschnitten wie von seinen Gefühlen. Der Röhr sagte damals, man ist wie im Eisenhof eingesperrt. Ja, man hat also keine, keine, auch keine Empathie für die anderen und man hat also aus, also gelernt, ein falsches Größenselbst auszubilden, was man dann im Außen ständig zeigen muss und kompensieren muss, also dieses Kleinheitsselbst ständig kompensieren muss damit und das Schmerzhafte, der schmerzhafte Moment kommt eigentlich dann, wenn das wie zerbricht oder zerbröselt oder da anfängt zu wackeln oder wenn man da in eine Krise kommt oder von außen gespiegelt kriegt, wie jemand mit einem wahren Selbst, der Kontakt hat zu seiner Seelenessenz, zu seinem Wesen, wie der ist. Und da sieht man ja, hat der Arno Grün ja schön beschrieben von Klaus Barbie und anderen und die Leute, die dann auch viel gefoltert haben da im Zweiten Weltkrieg und so, der hat das ja viel analysiert, was diese für Charaktertypen waren und das war genau diese Pädagogik von Dr. Johanna Hara und dem NS-Sozialismus, der hat ja diese Pädagogik von amerikanischem Bi-Heavy-Rismus übernommen gehabt und da war genau, geben Sie im Kind nur formell die Hand, umarmen Sie es niemals, versorgen Sie es nicht ausschweifend, bleiben Sie möglichst formell und das ist genau das, worüber wir jetzt, also worüber ich jetzt gerade hier so ein bisschen referiert habe, nämlich das, was dann unheimlichen Selbsthass, unheimliche Wut auf mich selber erzeugt, weil die können nur so sein zu mir, weil ich so schlecht bin. Ja, und das ist ein großer Faktor hinter dem ganzen Thema, ja. Ja, jetzt habe ich viel referiert, war jetzt mal anders als sonst, nicht so interaktiv, tut mir leid. Alles gut? Ja, hat sich so... Es ist nur die Frage, wie komme ich jetzt aus diesem Dilemma wieder raus? Ja, das ist eine gute Frage. Also früher, jetzt kommen wir dahin, was man früher gedacht hat. Früher hat man gedacht, ja, Therapie, also als man dann entdeckt hat, dass der Mensch auch noch einen Körper hat, so in den 50er, 60ern, hat man dann gesagt, okay, du musst jetzt einfach da so reingehen, so weit wie du nur kannst und volle Kanne alles raushauen, rausbrüllen, bis zum Exzess und Zusammenbruch und dann wird alles gut. Das nennt man Katharsis. Das sind so diese kathartisch orientierten Verfahren. Da gab es damals als erstes so Janhoff die Urschreiterapie, dann gab es bei Osho verschiedene Sachen, dann gab es eben auch verschiedene, wie Rebursing oder Tropesatmen und so weiter, wo da sehr viel gemacht wurde, wo man eben sehr stark in diesen Ausdruck geht. Das ist ja auch punktuell für manche Leute auch gut, das mal zu machen oder mal den Freischein zu kriegen. Ich kann hier mal richtig die Sau rauslassen ohne, dass ich hinterher abgewertet werde, bestraft werde und so weiter. Ich sage jetzt mal immer unter der Prämisse, dass Mobiliar und andere Teilnehmer heile bleiben und dass man selber sich nicht irgendwie großartig selber schädigt. Wenn das aber auf jemanden trifft, der kapazitätsmäßig mit einem dünnen Nervenkostüm bei sowas aufläuft, vielleicht noch nicht mal, dass er selber so in diese Katharsis geht, sondern nur mitkriegt, wie andere da reingehen, für den oder die kann das schon gleich wieder so eine Art Rehtrauma sein, allein nur das mitzuerleben, weil das möglicherweise viel zu viel ist für diese Person. Von der Kapazität her, wenn der nur so ein kleines Kapazitätsfenster hat und jemand, der jetzt reinkommt, der schon so eins hat und der sagt, Geis, lasse ich mal richtig die Sau raus, für den ist das eine gute Erfahrung und für den daneben mit diesem Fensterchen, der erlebt sich vielleicht wieder, dass er fünf ist und er sitzt zu Hause mit seinem alkoholisierten, gewalttätigen Vater, der die Mutter verprügelt oder droht die Mutter zu verprügeln und dann die Kinder oder so, sowas halt. Das ist also nicht grundsätzlich immer per se so ganz einfach zu sagen und wenn man jetzt das in der Einzel betrachten würde, also nicht in so einer Gruppensetting, kann es auch sein, dass alleine nur das Wilde ausagieren, was man eben lange und früher immer gemacht hat, du haust hier so lange auf die Matte, bis du richtig heulst, so, ne? Das kann auch wieder in dieses Überbordende führen im Nervensystem, also Hochsympathikoton, was dann hinterher nicht in den Ventralen Vargus fällt, sondern dann von dort in den Dorsalen und das machen ja viele, auch Leute, die den Tag über schon im Kampf oder Fluchtmodus sind in der Firma und im Wettkampf da draußen mit der Konkurrenz und den Behörden und Finanzamt, keiner weiß der Geier was, wir sind ja ständig von Säbelzahntigern bedroht heutzutage, die nicht real existieren, aber in Form eines Briefumschlaches im Postkasten zu finden sind zum Beispiel, und nach diesem Marathon des Tages so irgendwie macht man dann noch den Marathon in der Fitnessbude nachts bei McFit um 0 Uhr 1 irgendwie und fängt dann da an, auch da was zu machen, um sich hinterher dann mit einer Flasche Wein mal entspannen zu können, aber das ist dann eine falsche Entspannung, man fällt also nicht in ein Toleranzfenster, sag ich mal, was in diesem ventralen Modus ist, wo man eigentlich gut mit sich ist und entspannt im Jetzt, sondern man fällt dann eher von diesem Hocharousal runter in dieses Dorsale, in diesen totalen Shutdown und das wird, das ist eigentlich so ein Fake-Toleranzfenster, wo man eine Fake-Entspannung erlebt, das fühlt sich zwar an wie Entspannung, aber das ist was völlig anderes und das passiert bei diesen Ausagierungen, also bei diesen Sachen mit diesem wilden Ausagieren auch häufig mit Menschen, und das erst mal so zum Verständnis, grundsätzlich ist es aber trotzdem gut, den Körper mit einzubeziehen und auch die Aggressionsenergie, die möglicherweise da jetzt sich einen Ausdruck finden will, auch mit einzubeziehen, das braucht aber dann eben eine gewisse Dosierung und eine gewisse Begleitung. Dabei muss der Begleiter erkennen, wann es für den anderen, weil der andere, der im Prozess drin ist, erkennt das oft nicht, wann es für den anderen gut ist und wann es zu viel wird. Und das ist eine sehr diffizile Angelegenheit, weil der Begleiter müsste dann möglicherweise den Prozess an bestimmten Stellen vielleicht mal stoppen, verlangsamen, helfen, dass derjenige mal ins Einspüren kommt, anstatt ins Ausagieren, ins Wilde. und dadurch erhöht sich mit der Zeit auch die Kapazität, wenn dann das auf eine dosierte Weise, das nicht ins Überborden führt, sofort und dann wieder in den Shutdown, sondern wenn das erfahren werden kann, in dem sicheren Setting, dosiert, dann kann sich mit der Zeit die Kapazität erhöhen dafür. Und dann könnte man zusätzlich, weil du fragst, was kann man sonst noch machen? Zusätzlich könnte man dann eben schauen, mit Leuten untersuchen, genau diese Strategien, über die wir vorher gesprochen haben, wie funktionieren die denn bei Ihnen exakt? Wie haben Sie die denn programmiert? Also sich selber und Ihre inneren Anteile. Und wie machen Sie das Tag ein Tag aus, dass Sie heute noch, obwohl Sie jetzt, was weiß ich, schon seit 50 Jahren nicht mehr im elterlichen Kinderzimmer sitzen, ja, trotzdem, noch so, dass das immer noch so läuft? Die Eltern sind vielleicht schon lange tot oder, keine Ahnung, ja, oder heute hat man eine Bombenbeziehung miteinander, gibt es ja auch oft, aber man macht trotzdem immer noch die alte Nummer, immer noch den alten Turnus und das führt zu extrem suboptimalen Ergebnissen, sowohl im Beruf als auch im Privatleben, im Beziehungsleben, miteinander, ja, und das, das kann man nicht unbedingt mit dem inneren Kind lösen, das, dafür braucht es ganz häufig einen inneren Erwachsenen, der eine gewisse Reife hat und der in der Lage ist, das ein Stück weit wie zu, ja, auch ein bisschen zu objektivieren, sag ich mal, also auch vielleicht aus so einer Achtsamkeitsperspektive heraus, so einer Metaebene, sich diese Sache so anschaut und um zu verstehen auch ein Stück weit und mitzukriegen im Prozess dann des Alltags auch, wie mache ich das? Also, so, und wozu vielleicht auch, wozu mache ich genau das jetzt so? Jemand anders macht das vielleicht völlig auch so, aber aus völlig anderen Gründen und das ist ja immer eine ganz individuelle Sache, die wieder mit der Herkunftsfamilie zu tun hat, nur es bestimmt dann häufig die Hinkunftsfamilie und das ist, ja, das ist dann leider das Tragische, weil viele, auch Beziehungen werden dann auseinandergerissen und Scheidung, jede zweite Ehe und so, das ist ja enorm tragisch und das hat ganz viel, glaube ich, mit diesen Dynamiken zu tun und da hängt bei uns jetzt gerade auch kollektiv auch sehr stark dieses transgenerative Trauma noch mit drin. Was meinst du genau jetzt mit diesem transgenerativen Trauma? Ich meine, Nachkriegsgenerationen und so weiter oder? Genau. Also, ich sage mal, die Großväter oder je nachdem von mir aus, bei manchen jetzt vielleicht auch die Urgroßväter und so, oder die Eltern bei Leuten, die jetzt älter sind, ja, die haben das dann ja noch alles live erlebt, was da gelaufen ist und ja, die Generation meiner Eltern, die haben das als Kinder noch erlebt, das waren die Kriegskinder und oder Nachkriegskinder, die dann in den Trümmern da und mit, mit, ja, ohne Heizung und mit Hunger und so gelebt haben häufig und das macht natürlich was und gerade auch in dieser Vätergeneration, Großvätergeneration war dann eben auch eine immense, auch da, Schuld und Scham auf der einen Seite, wir haben uns so verführen lassen und für so eine, für so ein, von so einem diktatorischen Regime und auf der anderen Seite dann aber auch, ja, gewisse Sachen, die, die möglicherweise anders gelaufen sind, als hinterher, als man es hinterher dann verbreitet hat. Ich meine, die Geschichte schreibt immer der, der gewonnen hat, das ist halt so in dem Krieg und das wurde ja auch sehr einseitig betrachtet und die ganzen Ungerechtigkeiten, die von den anderen Seiten gelaufen sind, die wurden halt völlig nivelliert oder gar nicht thematisiert. Da konnte man ja eigentlich erst in den letzten Jahren mal drauf schauen, was da eigentlich gelaufen ist mit Vertreibung von, ich weiß nicht, 15 Millionen oder wahrscheinlich waren es noch mehr und Lager in Polen für Deutsche, die es da gegeben hat, schon vor dem Krieg und dann nach dem Krieg auch wieder oder in der Tschechosowakei, die ganzen Todesmärsche und so weiter und die ganzen Vergewaltigungen durch sämtliche Alliierten in Deutschland und so erst gar nicht zu reden. Ja, also das sind alles Sachen, die dann ja so hinten runtergefallen sind oder auch im Kriegsvorfeld schon, wie man da den Hitler auch installiert hat und finanziert hat. Da gibt es ja von verschiedenen Professoren auch Analysen zu und wie das eben dann alles so arrangiert wurde und wenn man dieses ganze Big Picture nicht hat, sondern immer nur die eine Sache, dann ist man eigentlich wie in einer arthymnotischen Trance und durch diese ganzen Schocks des Krieges und so weiter, Verluste, zerstörte Städte, das hat ja unheimlich viel dann gemacht mit uns auch kollektiv und die Generationen, die dann in den 50ern groß geworden sind oder in den 60ern, die konnten das gar nicht angucken, das ging für die meisten gar nicht, weil das so in der Familie auch so tabuisiert war. Man wusste gar nicht, ja, die Großväter haben da nichts erzählt oder die Väter, ja, was war in Russland, was haben sie da gemacht und so, das war alles total unterm Deckel und die waren emotional komplett von sich abgeschnitten, anders hätten die das zum Teil ja gar nicht überleben können, wenn man sich anguckt, was da in Stalingrad und sonst wo passiert ist, also das war ja nur möglich dadurch, dass sie sich komplett zugemacht haben. Ja, und von daher haben wir natürlich ein extrem verschobenes Bild auch vom Mannsein, von Männlichkeit, ja, dazu kommt noch, dass die Initiationsrieten komplett abhandengekommen sind, das ist natürlich schon länger so, aber die Nationalsozialisten zum Beispiel haben das natürlich gekonnt, aufgegriffen und haben das genutzt, ne, also dieser Aspekt, dass das nicht mehr da ist, diese Lücke, und haben das dann eben wieder auch, ja, wie soll ich sagen, instrument, also installiert und dann instrumentalisiert. Dadurch hat in Deutschland auch das ganze Thema der Spiritualität so eine, oftmals so ein Beigeschmack, weil das ja da auch ganz extrem genutzt worden ist für diese ganze Dynamik, ich behaupte mal einfach, wenn das nicht Teil, keine Komponente gewesen wäre von der Dynamik in dieser Diktatur damals, dann wäre das gar nicht so stark geworden, das ist vor allen Dingen auch deswegen hat das so eine Dynamik gekriegt dann im Kollektiv, weil die das gewusst haben zu nutzen, Ja, weil gerade diese, du sagst so schön, diese Rituale, diese Initiationsrituale, Mann werden,